so hallo meine lieben wie ihr seht ja wie ihr seht bin ich gerade mit meinem tat unterwegs weil es wurde auch schon mal danach gefragt ob ich nicht wieder mit meinem süßen spazieren gehen kann ja und heute bietet sich das gut an dadurch dass ich mein englischen wieder zu hause habe in der süße ja und ja jetzt sind wir ein bisschen auf unserem spielplatz wir haben so eine art naherholungsgebiet ist eigentlich wunderschön unser spielplatz ist von den teich genau und das sind halber der spiel sachen leider wackelt das ganz schön in dem wagen aber naja gut ich meine für ein baby würde ich es wieder zurückgeben den sie morgen aber da hätte ich mir auch einen anderen gekauft so meine süße möchte gerne wippen ja aber die umi macht erst video mein schatz gell dann wird man zusammen machen wir dann alles gell da ist so eine rutsche da kann man runterrutschen hier so eine seilbahn die ist total toll oder der kleine hügel im winter wird genutzt wird genutzt zum bodeln dann haben wir hier hinten noch so ein kleines wo die kinder viele aktivitäten machen können mit einer rutsche zusammen und da hinten haben wir ganz tolle schaukeln und so eine baby schaukel da legen wir jetzt immer unseren süßen rein gleich komme ich mein schatz gell du bist gleich dran wenn ich mit dem video fertig bin dann spielt die umi mit gleich komme ich mein schatz gell einen moment du kannst der weine zur schaukel gehen mein schatz die klamotten wir jetzt an habt die habe ich letzte woche von mami geschenk gekriegt die sich schon auf dem video für ein baby freut was ich leider noch nicht fertig gemacht habe sorry süßer aber ja wie ihr seht ich habe halt diese zeit nicht so und auch die sonne kommt ein bisschen raus herrlich das ist wunderschön ich muss doch mal nach süßen schauen die ist jetzt ein bisschen beleidigt aber zwei oper lacht auf die steine kann ich nicht mit dem marken rein zwei minuten müssen drin sein für unser kleines video und dann legt man mal rein den kleinen schnucki in diese schöne schaukel und dann tut man schaukeln genau so ganz leicht jetzt hat es den noch sicher auch wieder meine kleine maus hat sie jetzt hinkaukt und wartet so ein braves kind und ja wir haben hier wunderschön alles richtig voll natur hier oben ist dann direkt ein bisschen waldstück da kann man hier spazieren gehen hier rüber zu also es ist wirklich herrlich muss ich schon sagen genau das scheint auch nicht zufrieden da habe ich meinen kinderwagen da habe ich auch so eine tolle tasche geschenk gekriegt von der mami die hat sie mir geschickt das ist doch klasse ne und ich muss das bettchen wieder schön machen auch eine notfall schnulli habe ich da noch so da hat er noch eine dicke decke weil heute ist es auch ein bisschen windig irgendwie meine ich ach der ist brav schaut mal wie brav der kerl ist so ein brav und meine kleine lise ist auch total brav ich zeige euch dann nochmal im kinderwagen das outfit weil mir das wirklich sehr gefällt ist ein bisschen wackelig das video dadurch dass ich das halt alles es werden viele candy videos machen mit einer hand mache also er hat noch dieses süße outfit moment an mit diesem krimel monster aber das da schaut immer das der retro oder das ist doch so was tolles ich mag das auch sehr da hat die mütze boah das sieht ja so goldig aus mein kleiner meine kleine zucker schnuder jetzt fängt das ringe an da müssen wir mal schnell wieder einpacken schnell hush hush und jetzt spiele ich noch schnell mit der kleinen und dann müssen wir wieder nach hause jetzt kommen wir heute mal wieder zur kleinen rüber weil die wird sonst beleidigt mit mir sein und dann machen wir schluss mit dem video ja es ist ein wenig schade aber wie gesagt viel mehr kann ich euch ja nicht zeigen wie jetzt den kinderwagen und mein zu sind und leider hat er da ja auch so einen einfachen kinderwagen gekauft hat der ist mega schön aber halt total einfach ne das ist eigentlich für säuglinge nichts ne also ich würde dann nur ein etwas älteres ein und das ist besser also egal ich muss die kleine noch mal ein bisschen zufrieden stellen und dann immer zu verteilen also dann ich hoffe das Video hat euch ein bisschen gefallen und das ist wie gesagt mein neuer Kinderwagen da habe ich noch mal einen anderen Aufsatz dazu und es fängt jetzt das Regnen an und sorry für den Aufdruck aber es ist wirklich so also macht es das gut trotzdem einen schönen Tag heute tschüssi